Musik Moins und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Mode Wir finden uns gerade in der Hölle, gerade eben in der letzten Folge hat ein gewisser charmanter Herr namens Ivor eine Kreatur, einen Nethersturm genau zu sein, erschaffen mit einem sogenannten Command Block, das weiß ich nämlich noch, aus meinen Zeiten, wo ich ja Minecraft gespielt habe und der ist jetzt dabei, unsere, die Welt von Minecraft zu zerstören Wir sind durch ein Portal geflüchtet, haben dabei auch noch unseren Helden, den, oh Gott, wie hieß er, den Gabriel verloren Allerdings konnten wir Petra retten, eine unserer Freundinnen, allerdings kam sie nicht nach, sie ist in eine andere Richtung gelaufen Hoffen wir, dass sie gut gesund ist So, jetzt sind wir hier momentan auf der Flucht vor einem kleinen Stück weißem Oktopus Everybody hold on Into the fire Wow The Nether Yeah, that is a lot of lava And fire And other things that could burn you to death Oh no! Oh, that's a drop That is very, very much a drop Oh crap You weren't kidding YOLO Here we go Here we go Here we go Ha 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 Woo Ha 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 Oh no Oh no Ah Watch it Watch it Okay, so I'm not the only one seeing that we're running out of track, right? No? Good Jessie, that's switch Now, do it Oh, arms don't fail me now Oh, arms don't fail me now Ha 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 Wow I thought something bad was gonna happen there, but I guess everything's gonna be Enjoy Whoa Jessie No Wait Oh man Ha ha Axel Olivia Ruben Ruben Hang on Ruben Hang on Ruben 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 Jaa, gut, momentan läuft's eigentlich noch. Ich hab ein gutes Gefühl. We're not going to die Well, Gaster officially crossed off my Discielis. I'm done with Gaster. I don't need to see them. Ok, so we're just going to die만. We're not going to see them. Oh crap. Nein, Gruben, verlass mich nicht! Also selbst ich kann sterben, aber das Schwein muss leben. Ich bin nicht tot, ich glaube, das ist ziemlich gut. Ditto, Ditto, mit dem nicht tot. Ich kann nicht glauben, dass Petra hier immer kommt. Das Ort ist riesig. Ihr wird später sein, Axel. Warum? Ich habe nur gesagt, war das du, das all das Gruben zuvor? Sieht wie du wirklich schreitst deine Larynx. Oh, ja. Ich habe das gehört, auch. Sehr hoch-pitched, irgendwie wie ein Schweeky-Piston. Was? No, shut up. Never mind, muss ich... muss ich etwas anderes sein. Du kennst, wie du diese Erfahrungen hast, die du erinnerst, und du erzählst für den resten deiner Leben? Ja? Das ist nicht einer dieser. Ich habe das nie wieder diskutiert. Ist es nicht wahr? Ich habe das ein, wie ich mich nicht verletze, wie ich mich verstehe, das ist es nicht wahr. Wow. Look at this place. All these tracks converge at this point. You could probably get anywhere in the world from here. There's the portal. This is what Gabriel was talking about. That's our way out. It must lead back to the surface. The surface is also where that creature is. He's right. We have no idea what we're walking into. It could be dangerous. Thanks for being so brave Axel. Alright, I'm gonna go. I'm going. I'm going right now. Like right right now. I just need to make sure I have everything. Either that or that. I think I put the thing over in the... Yep. You can do it Axel. That's right. I can do it. Whatever's on the other side has no idea what it's got coming. Alright, here I go. Thanks Jesse. Right behind you. Be safe up there Axel. Ready or not, here I come. Oh shit. Oh shit. Oh shit. you told me! Get off of me! Ugh! Oh man. Das war knapp. Ich werde nie wieder zuerst gehen. Wo sind wir? In der...dark? In der Mitte des Niemals? Vielleicht sollten wir uns auf die Nacht bedenken. Es ist gefährlich, wenn es so dark ist. Ich dachte, wir sind nach einem Tempel. Wir suchen einen großen Gebäude. Das sollte ziemlich明chisch sein. Eivor sagt... No, Eivor sagt... Well, dann vielleicht das ist die Tempel. Ich bin sargastisch. Axel, komm mal. Wir müssen ein Schilder bauen. Ich dachte, das war was ich, aber... Du bist richtig. Wir müssen hurry. Ich sage, wir bauen eine Trehehaus. Das wird lange dauern, und wir werden immer wiederholen, während wir das machen. Wir brauchen einfach ein dicker Hutt. Whatever es ist, wir müssen es schnell machen. Was? In einer Hutt? Wir werden nicht wissen, was kommt, bis es knackt auf unsere Tür. A Trehehaus wird Spidertown sein. Ich liebe Spidertown. Ich liebe Spidertown. Let's go with a Trehehaus. Es funktioniert. Es funktioniert. Es wird uns aus der Gefahr. Es ist nicht ein schlechtes Idee. All right. Fine. Let's get started, then. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Es ist so gut. Ich bin 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 so gut. Wir sind sozial. Dann lassst du mich. Take it, Lucas. No. No. I... I... I can't do that. I... I can't do that. Thank you, Jesse. That was for you, Jesse, not him. Meine Entscheidung, Axel. Jetzt können wir ja Ruben an die Fäsche. Nein, Ruben, du bist mein Freund. Mein bester Freund. Wenn du hätte, wovon würdest du kämpfen? 100 Schmutzige Zombies oder 10 Schmutzige Zombies? Schöne wütend. Ich hab's nämlich verkackt. Äh, das ist ein guter. Let me think. How can you guys joke at a time like this? Petra is still out there. She's all by herself. There's nothing funny about that. We can't just mope. We gotta keep our spirits high. No, we should be moping. That's exactly what we should be doing. I, uh, Axel. I'm right, right? Maybe, but she's going to be fine. What makes you think that? She has to be. Fine. Then, uh, we should get some rest. We gotta start looking for this temple as early as we can. Now, my guess is if we start at the portal and kinda split up... Oh, what are you doing? Did I do something to you? I'd really like to know. Because you keep getting on my case for what seems like no reason. He's just trying to help. See? I'm sorry, Jesse. I'm not gonna sit here and listen to this guy telling us what's what. I'm just trying to get ready for tomorrow. You're the only one wearing that stupid jacket. Don't tell us what to do. Take. That. Back. Can't. Wouldn't. You know what? I get to wear this jacket because I know how to build. But that doesn't mean I don't know how to break things. Your threats don't scare me now that we know how you really are. Jesse, your friend is way out of line. I wasn't going to bring it up, but I can only take so much. Let's just drop it. Don't be like that, Jesse. Just drop it. Haven't you done enough damage for one day? Petra might be dead because of you. You're taking this too far, Axel. I don't have to take this. Listen, why don't I just leave and let you guys hash this out? You can't leave. It's dangerous out there. I can take care of myself. It's what Axel wants, right? Let him leave if he wants to leave. You're not going anywhere. But Jesse... That's enough. We're all on the same team now. He's staying. Zombie-sized chickens. That's what I would fight. Why's that? Because I'm starving. Of course. Rain is better than monsters. Thanks for keeping me around, Jesse. Yeah. Warum bilden die sich kein Dach? Nur so als Frage? Ach man, Ruben, dein Auge. Es tut mir so leid. Ich schwör's dir. Ganz ehrlich, Axel oder Lukas können ruhig auf die Fresse kriegen, aber nicht das Schwein. Sorry about all that business last night. Honestly, I'm just... I'm more embarrassed than anything else. See anything? Hey! There's something over that way! What is it? Some kind of building, I think. Let's get a closer look. Okay. 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 Oh, mein Schwein. Kann ich ihm helfen? Nee, kann ich nicht. Mist. This has to be the place. Ruben! What is this place? That's what we're trying to figure out. It's the Temple of the Order of the Stone. Lukas, are you sure? He's right. Look. Holy crap. Do you think they're in there? Let's go in and find out. Let's just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it weird how dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? I get the feeling, that we don't really want to find out. Get behind me. What? What was that? That's probably not a good thing. Oh, come on, dispenser bases. I thought we were friends. Run! Nein! Ah, fuck. Hey, 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 come. Ach, come. Ich hab. Ich hab geklickt. Ich schwöre. Oh, ich bin. Oh, oh, oh. Scheiße. Das ist wahrscheinlich nicht ein gutes Ding. Ich hab doch geklickt. Oh, come on. Dispenser bases. Ich dachte, wir waren Freunde. Run! Das erste Mal war mein Fähes. Geben mich zu, da hab ich mich gerade gekratzt. Aber das zweite Mal, das ist lächerlich. Die Stabiner sind mal voll für den Arsch. Wir haben einen Schalter, ja? Wir haben einen Schalter, ja? Wir haben ein paar Sticks left over from building the shelter last night. Bogen und Pfeil. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie das geht. Okay. Bogen hätte klar sein müssen. Zack, zack, zack. Und so, so, so war das, ne? Ja. Gut. Und was? Ein Arrow. Ah, okay. Das ist ein Arrow. Also das dahin. Das dahin. Und wett? Da fehlt doch jetzt was. Hä? Spiel? Oder was brauche ich dafür? Ach, doch. Ein Stab. Okay. Ich wollte schon sagen, da fehlt was. Okay, One-Shot, den dürfen wir jetzt nicht verkacken, Leute. Let's do this. Auf geht's. Perfekt, Leute. Call me genius. Nein. Das ist nur noch die Order of the Pig. Aber ich mag den. Na, der ist witzig. This must be their Enchantment Room. Doesn't this look like Ivor's creepy basement? Tja, Leute. Das war's erstmal von mir. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao.